Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Es bleiben im Raum Jogel, Krebs, Keitel, Speer, Fegelein und Burgdorf. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Dann sollt Ihr Armee bekehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront! Haben Sie noch zwei Fegelein im Befehl? Ich glaube! Es haben wir nicht klar genug! Ausgetruscht!